Ich stelle das freunde schöne Grüße hier von mir zu haus. Ja heute Abend um 18.30 Uhr ist ja erstes Saisonspiel vom TTC Grenzau gegen den ersten FC Saarbrücken und ja ich habe zwar ich weiß nicht ob das hier als Trikot durchgeht aber ich habe auf jeden Fall Klatsche dabei und machen nachher da ein bisschen Stimmung und machen heute mal einen Vlog und da kommt glaube ich auch schon der Aron und dann geht's los und wir fahren Richtung Grenzau. So Leute und damit sind wir hier jetzt in Grenzau. Aron hat mich schon mal runter gelassen. Hier ist das Zugbrücken Hotel. Schon mal ein paar Leute. Hier ist das schöne Brex Restaurant und dann geht es hier auch schon zur Zugbrücken Halle. Die Jungs aus Saarbrücken sind da. Zuschauer kommen langsam. Sehr sehr idyllisch hier. Also ist bisher noch der schönste Ort, um auch mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen neben dem Tischtennis. Ja also wirklich sehr sehr cool. Gerade mit dem Restaurant daneben ist schon echt klasse. Und dann gehen wir jetzt gleich mal rein. w hh und ja also Die Freundin sitzt hier reich, meistens im Urlaub und im Bauch sind wir auch. So, Gansorg spielt sich ein. Da ist Robo, der Trainer, Zuschauer sind auch schon da. Oben sind die Jungs, der Tobi und Christian, uns kommentieren nachher live über Twitch. Langsam füllt sich, die Leute kommen im Trikot, heute wer im Vereins Trikot kommt, 50% im Eintritt. Dann haben wir natürlich hier auch noch Patrick Franziska, der sich gerade warm spielt. Patrick heute am 1. Und ja, Technik wird geleitet über Spottent. Und da bin ich mal gespannt, wie euch der Swim gefällt. Ich würde gerne euch später mal in die Kollontare fahren. Weil ich heute war, bis zum nächsten Mal. Soll es noch ein paar Zafi nicht noch? Ich würde gerne noch einen paar Zafi nicht noch. Er ist einfach nicht so. Die beste Spiele ist heute ein Volkland von Hensur, die wir jetzt haben. Und dann ist er in der Sendling 90, dann ist Thomas Boazki und als ergegnet sich wieder der Anuja Ging. Und er sieht dann folgendes Eröffnungs-Eins. Ich würde auch auf die Ebene von Fane Isink gegen Sendling. Jo, ihr könnt es wahrscheinlich gerade hören. Gerade läuft das erste Spiel von Fane. 1-1 in Sätzen. Und die Stimmung ist gut, alles voll. Mal schauen, ob Fane das holen kann. Ich bin mal gespannt. Ein Auftrag für Haas, Fane gewinnen. 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 Für Haas, wir haben einen Viertelserfolg. Im Eröffnungseinzel. Die Sendling ist Cedric Neuthe. Gleichzeitig werden losbekommen. Und die Verlosung gibt es unmittelbar. Mit Beginn der Pause. Also noch ein Minütchen bitte auf den Fetzen bleiben. Vielleicht sind sie ja die oder der Glückliche. Wäre doch schade, wenn einer seinen Gewinn hier verpasst. So, dann werden die Zeit machen. Fane gewinnen. 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 Einmal lächeln. Fane gewinnen. 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 ...Kathrin Baum in diesem wirklich spannenden, hart und leckten Spiel und bringt den erst rechtlich abrunden CC wieder auf einen Programm. 1 zu 2 der Spielstand, jetzt liefert die beiden top gesetzten Spieler, Patrick Sink, Patrick Franziska Ballon. 1, 2, 3 und. Jaa t kung! 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 1. Jetzt bin ich hier mit Marcin Kubik und herzlich willkommen zu dem Spiel und am ersten Winz in der Bundesliga. Das war ein Spiel für dich und los geht's! Vielen Dank! Das war mein erstes Mal gewonnen in der Bundesliga. Ich bin sehr glücklich, dass es Franziska war. Ich war sehr nervös im Anfang. Die ersten zwei Sätze waren sehr nahe. Ich habe eine gute Mentalität und fokussiert. Ich habe meine Chance und bin sehr glücklich. Das war ein unglaubliches Spiel. Wie waren deine Impressions hier in der Bundesliga? Ja, es war großartig. Es war großartig. Es war großartig, wenn wir auf der Bühne kamen. Mit den Lichtern und die Zuschauer sehr helfen. Es war großartig. Ich mag es. Woher möchtest du spiel mit BTT? Mit mehr Menschen? Mit mehr Menschen und der Leben? Ich mag es. Ich mag es. Ich mag es. Es ist total anders. Es ist schön, dass es auf die Zuschauer gibt. Es ist schön, dass es sich in der Bühne kamen. Aber wenn du nach Hause spielst, ist es großartig. Okay. Vielen Dank für das Interview. Und ein großartiger Gewinn. Danke. Es ist gepackt worden. Und hier hat richtig die Hütte gebrannt. Die Stimmung war richtig gut. Also nächstes Mal, wenn das Spiel von Grenzau ansteht, Leute, kommt in die Halle, bringt Stimmung mit und gute Laune und unterstützt den Verein. Weil hier kann man richtig schön Tischtennis schauen. Das war's von mir. Soweit und macht's gut. Jetzt noch einen mindesten rein. Das war's von mir. Das war's von mir und antenna auch. Und das war's von mir. Und dann, wenn es hier in einer Delle ist, Jeder hat mich nicht auf die Delle ist. Das ist gar nicht so gut. Jetzt, da bin ich gerade richtig. Und ich habe das mit dem, Und ich bin, Tor,